gut dann wieder dvd heute am stahl an und diesmal wieder den unseren assi killer markus du darfst heute mal wieder den asi spielen ich bin mal gespannt wie es heute was du heute vor uns so parat hast naja mal gucken die eine folge heißt ja auch wie markus du asi ich weiß gar nicht ich glaube es war sogar die folge mit dem geist ja und ja es ist langweilig das zu kopieren ich könnte auch sagen ich nehme diese runde geist und kopiere das ganze mal aber das wäre dann irgendwo langweilig ich habe mir schon meine killer so ich muss noch schnell hier meine dingsten fertig machen und dann alles gut alles gut alles gut Es geht los, oh Gott, ich habe Angst. Ja, aber guck mal, es wird schon irgendwie werden. So, Verbindung wird hergestellt. Das geht also jetzt gar nicht. Ja, schade, dass wir immer noch zu dritt heute sind. Eigentlich haben wir zu viert gewesen, aber dann, sie wurden die gestern ein bisschen ausprobiert, abgeschmiert. Und hat, beziehungsweise ihr Internet ist abgeschmiert. Und das heißt, sie ist leider heute nicht dabei. Das heißt, wir wieder nur zu dritt. Aber hoffentlich bald wieder zu viert. Technische Schwierigkeiten. Ja, leichte technische Schwierigkeiten. Die letzte Folge heißt tatsächlich auch leichte, heißt auch technische, doch technische Schwierigkeiten. Sie haben sogar. Aber sie hat am Ende dann trotzdem wieder zwei Killer-Runden durchgesetzt. Und wer soll nicht rausgeflogen? Ich glaube, das wäre ganz anders. Und wer wäre tatsächlich wie zu ihren Gunsten ausgegangen. So, ich gebe gar nichts, ich gebe gar nichts. Ich will Spaß, ich will Spaß. So, hey, es geht los. Deine zwei Killer-Runden. Du hast Map auf zufällig, ja? Ich habe die Map auf zufällig. Ich habe keine... Okay. Die hatten wir, glaube ich, schon mal, die Map. Ja. Da hast du die Nurse... Das war meine Ärzte. Du hast die Nurse drauf gespielt. Mhm. Wobei ich die auch nochmal spielen muss. Herzhaft. Warum eigentlich immer als erstes ich? Jetzt ist der Kettensägen. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Es war nur ein Item von mir. Ja, die Map ist tatsächlich relativ verwirrend. Muss ich sogar sagen. Für beide Seiten, muss man auch sagen. Also, es ist auch nicht gerade Killer-freundlich. Ja, so wenig wie Larrys auch nicht. Die Übersicht ist hier... Pff. Du hast einen Clown-Perk drin. Yvonne, wie sieht es bei dir generatormäßig aus? Du bist irgendwie schon dran und irgendwas? Hä? Der hat dich gerade gejagt. Der hat dich gerade gejagt, okay. Das ist die... Ich wollte noch mal einen Bein. Ich wollte noch mal einen Bein. Ich wollte noch mal einen Bein. Ich wollte noch mal um die Ecke. Okay. Weil das war jetzt gerade die Map hier vom Demogorga und vom... Also sozusagen das Labor, aus dem er ausbricht. Wenn du das sagst, ich weiß es nicht. Also wie soll ich auch nicht? Ich habe ihn noch nie gespielt. Nein, ich habe das ja jetzt schon. Ich habe... Der ist ja lizenziert die offizieller... Offizieller lizenzierter Killer von... von Spencer Shinks. Und ich habe den... Und ich habe den noch nie tatsächlich... Ich habe die Serie noch nie gesehen. Serie, Film oder wie auch immer. Du Arsch. Das war voll... Voll schitzig, ihr Pilk. Ich kam nicht weg aus der Ecke. Und warum mache ich immer ich? Aber ich glaube, für den Killer ist die auch nicht gut, die Map, bei der keine weiten Strecken sind. Der braucht nämlich weite geradeaus... gerade Strecken. Und tschüss. Hast du schön ausgespielt? Ich bin ja wieder. Ich hatte Gott sei Dank Glück bisher mit meinen Maps, also wenn ich jetzt Killer gespielt habe. Das waren, glaube ich, Autohäfen und zweimal die komische Scheune da. Ich hab's gar nicht geschrieben. Nein, Alter. Wie der aber auch nicht von diesem Scheiß-Generator weggeht, da. Wie der aber auch nicht von diesem Scheiß-Generator, von der wegweicht. Was? Was? Du kriegst mich doch sehr, Kinder. Das ist verdammt. Wie ist das Scheiße so? Das ist doch Asi, wie kannst du mich da finden noch? Na gut, du siehst die roten Spuren. Also, der Griff hat er jedenfalls nicht drin. Hilfe? Ja, das ist das Problem, wenn du zu zweit spielst. Oder beziehungsweise mit zwei Überlebenden nur spielst. Einer hängt und der andere an den anderen hängt einfach alles. Achtung, ich weiß nicht, hier kommt ja irgendwo hier rein. Na, ich befreulich, dass das Ding schon da durch ist. bei der da. Alter. das war es wie oft du an mir vorbeigelacht bist als ich im schrank war du bist ja auch ein paar mal ist auch an mir vorbei am anfang na gut also wie gesagt das ist es halt du spielst halt nur mit zwei überlebenden du musst einfach nur einen aus dem spiel nehmen und dann ist es eigentlich schon fast gewonnen für den killer na gut dann darfst du jetzt nochmal eine zweite runde spielen man muss aber wie gesagt auch wirklich sagen auf der map ist es echt schwierig die verfolgung aufzunehmen also du verlierst dort sehr schnell den Überblick wo eigentlich jetzt jemand ja ja das ist es auch halt durch die gänge da kannst du schnell mal jemanden aus dem auge verlieren und wenn du da nicht schnell genug bist mit diesen kratzspuren da ist vorbei da verlierst du den der lustigste moment war als ich dich zum ersten mal gesehen habe guckst da durch die tür ich im schrank dann nur so wiesigig dann gehst du wieder um die ecke wieder raus warte mal da mache ich dann meine neue lobby auf hast du wohl die andere geschlossen oder was oder bist du rausgeflogen ich weiß es nicht wahrscheinlich ja rausgeflogen aber ich probiere es jetzt nochmal sooo dann haben wir das auch und ich werde beim überlebenden überleben der jawohl nicht die dann darf der Markus dann seine zweite runde spielen ah jetzt geht das wieder los ich will den park wieder aufbauen angenommen habe ich ja alles gut probierst du nochmal ansonsten lade ich dich weil du warst du dich nochmal ein hey du bist du den Minus bei mir ich kann dich dich nochmal einladen sonst war ich die runde gleich nochmal zu ich kann aber auch nicht beitreten also ich kann auch nicht über freunde beitreten ja ja ich mache nochmal eine neue lobby auf ist raus so wie jetzt aber okay okay Das war's für heute. Vielen Dank. Dann warten wir jetzt auf den Keller. Dann warten wir jetzt an. Dann warten wir jetzt an. Dann warten wir jetzt an, weil ich einen Anruf erwartet hatte. Okay. Okay. So, dann sind wir jetzt in eine zweite Runde. Mal schauen, was jetzt hierzu erwartet. Okay. 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 Das ist einfach mal ganz dumm, wenn er nicht dumpf ist. Herzhaft! Ja, hast du schon wieder liegen? Ja, dann ist das hier mal eh gegessen. Komm raus. Komm raus. Ja. Geh weg, hässliches Etwas. Hallo, fasst euch mal nicht an, du bist schleimig. Das sagt sie. Schleimig und lederig. Ledrig. Ja, das sag ich. Ich weiß gar nicht, wo habe ich sie eigentlich liegen lassen. Ja, das ist scheiße, oder? Ich weiß, wo sie liegt. Du nicht. Weil mich hast du ja jetzt das Thema See gegessen. Ja, wir machen jetzt jeder noch mal Killer. Also ich mache das mal eine zwei Runde danach. Wir wollen noch mal ihre zwei Runden. Und dann gehen wir wahrscheinlich, wenn er noch Bock hat, gehen wir noch in die offenen Lobbys. Jo. Weil das würde ich dann halt wirklich nur noch spielen, wenn wir dann weg zu viert oder zu fünft sind. Und halt sonst ist es halt irgendwo... Keine Ahnung. Zu schnell. Wie du jetzt gerade wieder siehst, das sind jetzt keine Ahnung. Keine zehn Minuten gewesen. Ich überlege nur gerade, wo war die denn noch mal. Keine Ahnung. Wenn ich sie hätte, dann würdest du dir dann... Dann würdest du dir nicht verraten. Tschüss, Markus! Das ist jetzt nicht geschafft. Sie lag eigentlich, du hast mich ja aufgehängt. Dahinter war der Steg und dahinter lagst du eigentlich. Also du warst eigentlich, keine Ahnung, um fünf Meter weg oder so. Ich habe einfach nur vergessen, wo ich sie liegen lassen habe. Du warst nicht weit weg? Ich habe mich vorher ein bisschen weggekriegt und die Ecke habe ich mich sehr vertroffen. Dann habe ich mich ein bisschen erholt und dann hast du den Flug gezogen und bin ich so voll aufgesprungen. Na gut. Dann haben wir zumindest mal einen rausgekriegt. Dann darf ich jetzt mal wieder killen. Mal gucken, wie es läuft. Geht das eigentlich in offenen Lobbys auch, dass dann einer von uns den Killer spielen kann und die anderen überleben? Theoretisch nicht, nein. Also, geht schon. Man muss halt lange suchen. Ich muss euch halt explizit immer die ganze Zeit suchen. Na gut, dann haben wir jetzt mal hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es wieder mit mir als Killer weiter. Bis zum nächsten Mal.